Outlast enthält schwere Gewalt, Blutsexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpst in die Rolle von Miles Abscher, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du die Vorliebe, Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen. Hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheinerstand Mount Massive aufzudecken? Äh, wo war das jetzt? Ich weiß was. Äh, genau da. Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheinerstand Mount Massive. Zu überleben und der Wahrheit auf der Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. FM 107.9, der Radiosender, der alle begeistert. Mount Massive. Asyl. Ja, da sind wir mit unserem reinrassigen V8-Sportwagen unterwegs hier in diese Nervenheilanstalt. Boah. So, dann hauten wir jetzt einfach mal an. Jawohl. Temperatur, Batterie, ja, scheint noch alles voll zu sein. Ja, gut, tanken könnten wir. Aber da kommen wir vielleicht da vorne oder oben nochmal weg. Ah, sehr geil. Zwei Batterie, Campcorder, der auf der neuesten Art. Und ein Dokument. Betrefft Tipp-Illegale Aktivitäten bei Merkow Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ohoho. Ich war zwei Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Merkow Psychiatric Systems in Mount Massive. Tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fassen etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Merkow Schäffel Geld. Das muss aufgedeckt werden. Jawohl. Ach, guck mal. Altkleidbatterien wahrscheinlich aus dem Aldi oder was? Ah, guck mal, der Campcorder sieht ja noch einigermaßen frisch aus. Sehr modern. Ich glaube, der ist von Sony. So, Kamera funktioniert. Jawohl. Zoom auch. Alles klar. Offiziell. Presseausweis. Hier. Nachtsichtmodus. Steht. Oh, der Wagen hat noch genug Öl. Alles super. So, steigen wir mal aus unserem V8-Wagen aus. Oh, das ist doch nur ein Jeep. Okay, alles klar. Deine Ziele werden dir in deinem Notizblock aktualisiert. Du findest in deinen Notizen und gesammelten Dokumente. Alles klar. Oh, guck mal, da geht's trotzdem. Ja, wir sind jetzt gefangen. Okay, irgendeiner hat uns erwartet. Irgendwo ist es in der Kamera. Da ist es, Kameras, siehst du? Ja, Freunde. Und somit willkommen zu Outlast 1, 2 Virus Visions. Let's play mit Fun. So, jetzt schauen wir uns mal um. So, warte mal, mit der Kamera, wie funktioniert das? Ich hab ja noch mal ein bisschen mal reingeguckt bei Outlast hier und da. So, da mal von Kamera. So, scrollen mit dem Rad. Okay. So, das hab ich mir auch auf die Maus gelegt, der Schwarzlichtmodus. Nachsichtmodus. So, komm mal rein. So, was haben wir denn? Ich schick einen netten kleinen Büro. Guck mal, so einen kleinen Rechner hab ich auch noch hier irgendwo rumstehen. Ne, der hab ich letztes Mal weggeschmissen. Und in den konnte ich nix mehr anfangen. Ein schnurgebundenes Telefon. Was haben wir hier? Im gelben Stich. Was steht denn da drauf? Monis Markers Large Yellow. Okay, alles klar. So, okay. Ja, dann. Ist ja nie noch irgendwas, was bei uns mal... Oh, Kinderbilder. Wahrscheinlich hatte der Familie klassifiert. Voll über den Kopf getakelt, die Dinger hier. Ja? Okay. Super, Freunde. Ja, ich hab eigentlich die ganze Zeit... Hat da was blinken sehen? Die ganze Zeit mich gedrückt vor Outlast. Ey, absolut kein Bock und so, weil ich... Ihr habt gesehen, von dem lieben Holy Diver, wie der sich da... äh, und bei der lieben Prue, Prue Gaming. Digga, dann... Nee, du bist eher so da. Okay, dann laufen wir schneller. Okay, da ist zu. Komm mal nicht rein. Sanier die Tür offen. Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt. Jetzt, das war viel zu schnell. Mal tun wir... Na ja. Wow. Okay, ich hab sogar Wölfe. Ich will mal, ich weiß, was für Aktivitäten hier sind, weil es sieht sehr unbewohnt aus, aber doch bewohnt aus. Das ist irgendwie sehr interessant. Ja, wir, wo, 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 äh, wir gehen jetzt einfach mal da rum. Halte gedrückt, um zu rennen. Ja, ja. So, hier kommen wir nicht rein. Hier ist irgendein Hof. Äh, eine Nervenleinanstalt. Also für mich sieht es eher aus, fast wie ein Knast. Nur, dass hier keine Schießbudenfiguren rumlaufen. Oh, eigentlich haben wir Soldaten. Aber ihr könnt auch mal wieder gefecht werden. Hier sieht es sehr unsauber aus. Da oben ist Licht an. Okay. Hinterhof, auch zu. Hier sind... Ah, ja, guter Journalist. Können wir da irgendwo jemanden sehen? Ganz ruhig, ganz ruhig. Das sind irgendwie Räumfahrzeuge aus. Nicht von der Bundeswehr oder sowas. Mensch, was ein Riesenanwesen. Ergebnis aufgenommen. Dein Notizblock wurde einer... Okay. Okay, alles klar. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nerveneinanstalt, Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Merkow Psychiatric Systems und unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. What? Das Mobilfunknetz brach erneut, äh, brach ab, abrupt, achso, eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Der Merkow Corporation hat eine lange Tradition. Ausbeuterischer Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden, was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen. Es muss groß sein, vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Okay. Äh, schon. Äh, ganz schön verrückte Sachen hier. What? Naja, ich weiß. War ergebnissen aufzunehmen. So. Das ist, äh, dieser, dieser Text, der ist dann lange da. Aber der andere Text vorhin, der war dann nicht so lange da. Okay. So. Aber das sieht aus wie ein Eingang. Versuchen wir mal unser Glück. Das sieht aus wie Fahrzeuge von der, von der NASA. Mal ganz ehrlich. Maut Massive. Asylum. Äh, okay. Sprechanlage ist auch tot. Da leuchtet ja gar nichts. Ne, warte mal. Ich muss, da kriege ich wahrscheinlich mit, mit dieser, äh, da kriege ich wahrscheinlich noch meine Probleme mit. Die Dinger haben bestimmt V8. Ich habe da nicht gerade was zu sehen. Nö. Da können wir durch. Als der Halte, Stromtaste links gedrückt, um Hocke zu gehen. Okay, dann machen wir das mal. Fingerbrechen hier. So, da sieht es doch aus wie ein Eingang. Den nehmen wir uns doch jetzt mal vor. Haha, jetzt gehen wir rein. Jetzt wird es interessant. Oho. So. Oh, alles klar. Lampe ist an. Was ist das denn da oben? Ach, das ist ein Turm. Okay. So. Kann nichts betätigen. Okay. Schicke Klamotten haben wir an. Noch sind sie schick. Aber die ändert sich das nicht. Oh, der Boden läuft auch nicht. Wenn der Campcorder einsatzbereit ist, kannst du mit dem Mausrad... Na ja, ich weiß. Oh, da oben ist ein Eingang. Da kommen wir rein. Sehr schön. Das könnte auch mal wieder sauber gemacht werden. Aber das geht ja noch einigermaßen. Ne, ich gehe jetzt nicht rein, dann habe ich nassen Socken. Hör mal. So, da wollen wir mal gucken. Da ist eine Leiter. Zwei von zehn Batterien. Das Gerüst scheint doch wohl stabil zu sein, oder? Okay, er geht automatisch da dran. Oh, diese Musik. Ich kriege Gänsehaut, Alter. Oh. So, drücke Leertaste, während dich vorher zu wenigstens über einen Abgrund zu springen. Also, klar, danke. So, Hammer. Sehr schön. Jeder. Ja. So, achso. Das kann man... Oh, jetzt nicht. Die Kamera ausmachen. So. Ich hoffe, die Position ist... Äh... Äh... Mal da reingucken. Man sieht nicht, was da drinne los ist, hä? Oh, diese Musik, Alter. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Wo ist die wohl stehen geblieben? Kann man nicht erkennen, weil das Licht blendet. Aber machen wir auch ran suchen. Oh, okay. Die funktioniert sogar noch. 10 nach 9. Dann haben wir uns die richtige Uhrzeit ausgesucht, hä? Oh, ah, 2,15. Hier sind wir reingekommen. Alles verrammelt hier. Hier. Kann man nicht. Oh, guck mal da. Ey, ich werd verrückt. Das ist Holy, Alter. Guck dir das an. Holy war mal damals Priester, ey. Okay. Aber grafisch mäßig, muss ich mal sagen, das Spiel sehr interessant, ja. Da können wir nach draußen gucken. Oder auch... Er bringt nicht viel. Das ist interessant. Der Mond, wie stark der scheint. Ah! Boah! Alter, scheiße, geht die Glotz auf einmal an, ey. Ja, wahrscheinlich Bewegungssensor. Ich krieg über Gänse auf. Fuck the fuck. Boah, scheiße. Hm. Alter, ich krieg voll die Gänse auf. Das ist nicht mehr normal. Kann man die nicht... Ach so. Man muss dabei laufen. Man packt die Anheld gedrückt und dann... Okay, wir sind jetzt auf der anderen Seite. So, machen wir mal Notalarm hier, oder was? Dann werden wir so alle aufschrecken. Funktioniert das? Nein? Äh, bewege dich Richtung der engen Stelle, um dich hinein zu zwängen. Alles klar, mach davon automatisch. Das ist nicht fit. Wir können uns noch ein bisschen umgucken. Das funktioniert, sehr schön. So, gucken wir hier mal rein. Was haben wir hier Schönes? Oh, eine Bakterie. Nehmen wir sie mit. Sehr schön. Warte, brauchen wir bestimmt hier. Drei von zehn. Ja, läuft. Sehr geil. So. Die könnte auch mal wieder... Oder das ist keine echte. Die ist schon aus Plastik. Die muss man nicht gießen. Die sieht noch ziemlich grün aus. Der hier auch. Könnten wir mal wieder ein bisschen nicht vertragen, die Pflänzchen. Na nun. Da sind wir hergekommen. Also geht's jetzt hier lang. A 214. Okay. Da wurde der Hörer nicht aufgelegt. Wieder was zu lesen. Ich liebe lesen. Äh, ja. Ja. Okay. Mirko of the Hatrix Systems. Projekt War Rider. Maut Massive. Co. Äh. Fall Nummer 174. Patienten Initialen. Billy. Erste Patientenbefragung. 12. 4. 2009. Alter des Patienten 19. Okay. Männliches Geschlecht. Behandelnder Arzt. Dr. Carl Husten. Ist doch der Husten, oder? Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität im beispiellosen Umfang beobachtet. Fahrer fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Was für Wörter, ey. Also ein Arzt oder einer, der sich damit auskennt, aber ich jetzt ganz genau was Fahres. Hämatrokik zehrt die Figurium zur Trennung von Erzutrozyte, soll fehlgeschlagen, höchst besorgniserregend. Mich ergab arithmetisch Remzyklen lachen, was in Remphase. What the fuck? So, äh, Falltaste? Okay. Anmerkung. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Merkow und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Betreuung, er hatte die Wahrheit in den Bluträumen von Dr. Trager entdeckt. Anmerkung. Die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager. Ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten von Analysen zu erhalten. Merkow Psychosystems Projekt War Rider Mount Massive. Okay. Da wurde da schon klar, dass da nicht ganz was koscher ist, ey. Okay. Also das ist dann, ähm, da macht man sich ja schon mal Sorgen, ob die Leute hier wirklich gut aufgehoben sind. Ja, guck, die Uhr, die läuft weiter. Das ist aber schon Viertel nach neun. Ich muss mich beeilen, ja. Ja, guck mal, schönen alten Radiatoren. Das ist Fusch am Bau, wie die drangesetzt worden sind. Das ist voll Fusch am Bau, ey. Da du ich jetzt, das ist voll dieser. Äh, okay. Das Klo wurde abgeschlossen, warum? Ganz ruhig. Ganz ruhig atmen. Schön locker durch die Hose. Oh, Cola. Drink it. Okay, Moment, ich trinke das auch mal Cola. So. Was wackelst du denn? Okay, ich glaube, das sieht aus, als wenn wir da rein müssen. Schauen wir uns erst mal um, ob wir irgendwo Müll getrennt worden sind. Ih, ih, was ist das denn? Boah, das sieht ja aus wie ne... Das sieht aus wie so ne fette Larve, Alter. Oder wie so ne fette Bratwurst, ey. Oh, lecker. Please, avoid conformation. Wash your hands. Also, Hände desinfizieren. Zweimal Mikrowellen, bitte. Dankeschön. So. Können wir gleich mal einsacken, wenn ich das Gebäude wieder verlasse. Mal immer zu Kohle machen hier. So, und... Einmal Leertaste, jawohl. Und W drücken, damit wir hoch reinkommen. So, wo geht's das lang? Okay, da geht's nicht lang. Kamera wieder weg aus. Was zum... Alter, was... Hier gibt's gestörte Gestalten. Du krasses Pferd, ey. Boah. Hier scheint alles safe zu sein vorerst. Okay, also... Man regadiert, ja, kommen wir nicht durch. Warte, was haben wir da? Scheppel, Reservation, Hall, Liberty und Lobby. Okay. La la la. Liberari. Hier ist auch alles zu. Liberari mit Ferrari. So, kann man hier irgendwas sehen? Oh, da scheint eine große Halle zu sein. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Mal gucken, was wir haben. Warte! Scheiße! Alter! Macht doch nicht super! Das Spiel ist scheiße! Ich krieg nur Gänsehaut. Pur, Alter! Boah! Alter! Ja! Was bist du für einer? Boah, die Musik, ne? Die haben die richtig laut gemacht. Ich hoffe, das kommt so rüber. Sonst muss ich noch ein bisschen leiser machen. Was bist du denn für einer? Lebt der noch? Oh, da war. Sie haben uns gesteckt. Sie haben uns gesteckt. Sie haben die Varianten. Sie bekommen nicht nicht die Neutze. Sie müssen uns schützen. Sie können es nicht schützen. Sie können die Haupthandelschrauf aus dem Unterleuten, der Sicherheit und Kontrolle. jetzt haben sie aufgespielt da bin ich hier bin ich nicht gekommen ich will mich jetzt ich lasse das auf jeden fall die batterie auch bis zum letzten tropfen ausbluten wir haben ja keine batterie zu verschwenden das ist mir hier sind wir hergekommen aber hier war auch nichts mehr da hier also über menschenberge den namens am oben neben dem hals wieder raus und durchs loch wieder rein voll die gestörten hier also ich habe jetzt aber muffe gekriegt hat der typ kommt jetzt uns hier offen offen oder war mal zu kriegt immer wieder ein alter der art wird ja so tief batterie wechsel war 30 jahre später also sehen wir nichts das scheiße da ist ja ein ganzer abend drinne das ist ja bestimmt noch eine fette ohr verstopfung so hier war sonst ja da kann man auch nicht reingucken auch verrammelt und verriegelt ein bisschen welcher fans sei gerade rein ist aber leider kann zugriff drauf hier ist auch verrammelt oder kommen wir durch und wer sind sie bitte schön ich verstehe oh mein Gott du hast mir ein apostel gesandt schützen sie ihr leben so sie wurden auserwählt ich weiß es dieser fette wämser da erstmal aus dem fenster runter ein